Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Info und das ein super Special extra für euch, denn schließlich ist das mein 50 Abonnenten Special. Ja, durch euch habe ich es geschafft, 50 Abonnenten. Meine Fresse, dass es wirklich 50 Leute gibt, die mich abonniert haben, es freut mich ungemein. Und das gibt mir einfach ein Zeichen, das, was ich mache, gefällt wirklich viele Leute und die fühlen sich auch unterhalten und das freut mich einfach. Das ist einfach das, was so richtig Spaß macht oder noch mehr Freude macht, Let's Plays zu machen, Videos zu erstellen, sich extra hinzusetzen, paar Stunden zu bearbeiten und, und, und. Freut mich wirklich sehr. Danke, danke an euch. Das ist echt ein fettes Lob von mir für euch, denn schließlich ist es nur, ja, durch euch die nette Community eigentlich möglich. Super, ich, ich, ich bin einfach, äh, fassungslos, äh, wenn ich denke, die Likes, die Kommis, äh, die Favorites, ey, es ist einfach unfassbar. Nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank. Und ich weiß, die 50 Abonnenten-Special ist sehr lange überfällig. Mittlerweile habe ich sogar etwas mehr, ich glaube, über 52, weiß ich jetzt gerade nicht. Und ich habe mir sehr, sehr lange Gedanken gemacht, was machst du als Abonnenten-Special, denn schließlich habe ich nie daran gedacht, wirklich, dass es so weit kommt. Ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, ach, ja, irgendwann vielleicht mal, keine Ahnung. Oh, und jetzt ist es soweit und nach langem überlegen habe ich mir gedacht, weißt du was, Alpha, dein Abonnenten-Special wird so aussehen. Ich zeige als Konsolero, was ich als Kollektion habe, sowohl meine Konsolen an sich und Handhelds. Ja, das will ich euch alles präsentieren, gleich in einem Video. Und an der Stelle möchte ich nochmal sagen, Dankeschön und ich hoffe, es wird so weitergehen. Ich hoffe, ihr guckt auch fleißig weiter und ja, hinterlasst natürlich wie gewohnt euer Feedback. Denn schließlich kann ich mich ja nur verbessern und ich will mich auch verbessern, denn ich weiß, dass es den ein oder anderen gefällt, meine Videos zu schauen. Bevor wir aber wechseln, möchte ich euch sagen, die Kameraaufnahme, ja, die Quali, naja, ist nicht so schön. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Ich will natürlich eine neue Kamera haben, ich will aber mich genauestens informieren, was gut ist, was günstig ist und was eine gute Qualität hat. Das ist natürlich für mich sehr wichtig und das wird noch wahrscheinlich etwas dauern. Deswegen nur an der Stelle, hoffentlich, ihr könnt mir verzeihen. So, jetzt wechseln wir zum Video. Nochmals vielen herzlichen Dank und wir sehen uns dann, naja, in einem nächsten Info. Aber zuerst das Video. Und das ist meine Kollektion, nämlich meine Konsolen, die ich über die Jahre gesammelt habe, beziehungsweise jetzt sind nicht alle da, die ich jetzt jemals hatte. Aber das ist das, was übrig geblieben ist. Und die werde ich euch natürlich jetzt einzeln vorstellen. Zum Ersten haben wir hier die Nintendo 64. Ein super Gerät, super geiles Ding und funktioniert noch einwandfrei. Ich meine, das kann man jetzt nicht bei jeder Konsole sagen. Gerade nicht heutzutage. Aber die, die funktioniert wie an Tag 1. Entschuldigung, dass ich jetzt oft in die Kamera wackele. Ich muss das Ding enthalten, ist ein bisschen schwierig. Jedenfalls zocke ich ab und zu mal drauf. Ich habe auch noch sehr viele Spiele. Könnt ihr euch auf meine Let's Info N64 Kollektion angucken. Super Gerät. Hier haben wir die Nintendo Gamecube. Auch ein super geiles Ding. Zocke ich auch unheimlich gerne. Zum Beispiel Metal Gear Solid The Twin Snakes. Ein Muss für die Konsole. Genauso wie Zelda Twilight Princess. Super geil. Macht immer noch Spaß. Und habe ich sogar für kleines Geld bekommen. Worauf ich super stolz bin, ist die allererste Xbox. Ach, die funktioniert auch immer noch. Ombe, das kann man jetzt gerade nicht bei vielen behaupten. Aber die hier, meine, finde ich noch super stark. Klappt immer noch. Nur die Spiele spiele ich nicht mehr drauf, weil ich spiele es auf der 360. Ist ja halt kompatibel. Die ist jetzt nur noch bei mir im Schrank. Nur noch als Deko. Aber ich finde, die macht noch was her. Dieses X gefällt mir immer noch wunderbar. Jetzt kommen wir natürlich zu der nächsten Generation von der Xbox. Nehme ich hier die 360. Ein Musterstück bei mir. Denn darauf mache ich meine Let's Plays. Genauso wie Halo, Deus Ex. Ich meine, jetzt freut sich der eine oder andere, dass ich jetzt Deus Ex gesagt habe. Ich meine, speziell freut sich nur einer. Ich weiß gleich, kriege ich einen Kommentar. Wann kommt Deus Ex? Wenn er das sieht, der wird, glaube ich, erstmal lachen. Jedenfalls zocke ich auch da unheimlich viel. Auch online sehr, sehr viel gezockt. Wobei im Vergleich zu der ersten Xbox, darauf habe ich auch stundenlang Halo gezockt. Mit dem guten Bolle. Hier, mein Kollege aus dem Let's Play Together, der Verrückte. Darauf haben wir oft Halo 1 und Halo 2 gezockt. Und das damals ohne Internet. Bei dem kann ich mir online gar nicht mehr wegdenken. Bei dem war es zwar auch möglich. Aber ich habe nie online gezockt. Ich hatte damals nicht Internet. Also jetzt mit schneller Rate wegen Zocken und so. Nö. Damals hat es noch einfach nur die Kampagne zu zocken Spaß gemacht. Das 10, 15, 20, 25 Mal und nur Scheiße bauen. Im Vergleich, bei dem kann man es nicht mehr vorstellen. Aber was auch noch so gut ist, ist nämlich die PS3, mit der ich auch Let's Plays mache. Wie Dead Space 3 zum Beispiel habe ich gemacht. Ein super geiles Ding. Ist auch schön leistungsstark. Als Consolero natürlich, so wie ich es einer bin, ein Muss. Super Gerät, geiles Ding. Und darauf bin ich sehr stolz, weil die habe ich gewonnen. Stark, oder? Ja, das Ding habe ich gewonnen. Ich habe einfach mal ein Gewinnspiel mitgemacht. Und ja, war der strahlender Sieger. Zwar jetzt nicht beim ersten Mal sofort teilgenommen und gewonnen. Nein, das hat natürlich über, ach, keine Ahnung wie viele Monate, habe ich an so einen Scheiß einfach mal spaßhalber mitgemacht. Das war bei einer Seite, wo ich angemeldet war damals, oder noch bin. Jedenfalls, als ich das gewonnen habe, war es kurz vor meinem Urlaub. Die hätten es dann während meiner Urlaub geschickt, habe ich denen mal ganz lieb gefragt, können sie es nicht irgendwie danach mir irgendwie vorbeibringen? Haben sie auch getan. Ist doch mal geil, ist richtig nett. Die haben gesagt, ja klar, wenn du wieder da bist, so zwei Tage danach bekommst du es. Und seitdem habe ich es. Und mein erstes Game war damals dazu Metal Gear Solid 4. Ja, ich bin ein Metal Gear Fan. Aber, das war jetzt genug von den großen Konsolen. Jetzt kommen wir zu den kleinen, nämlich den Handhelds. Ja, ich habe drei Stück. Ich habe noch eine uralte Gameboy, aber die habe ich jetzt irgendwie gerade nicht handgreiflich da, weil ich habe da so schön alles in der Vitrine getan und ich hatte jetzt keinen Bock zu fummeln. Ich habe da echt empfindliche Sachen da noch. Eieiei, war nicht so schlau. Jedenfalls habe ich zwei Nintendo und einen PSP. Fangen wir einfach damit an. Nintendo 3DS, das ist das Gerät, womit ich am meisten zocke, auch richtig Spaß macht. Ein geiles Gerät, kann auch viel. Ja, das sieht man an Revelations, also Resident Evil Revelations. Und andere Spiele, ich habe das damals dazu bekommen mit Mario Kart 7 und schön Aqua Blau, ist mal was ganz anderes als dauerndiges Schwarz. Und ich finde es super. Also, ich bin schwer begeistert. Womit ich auch begeistert war, war die, ähm, ja, Nintendo DS Lite, wenn das jetzt richtig war. Auch super Dinge. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber zurzeit zockt das meistens meine Freunde da drauf, zum Beispiel wie Super Mario DS. Daran hat sie ihren Spaß und da habe ich mir gedacht, ja, weißt du was, Schätzchen, zock ruhig, denn schließlich habe ich die 3DS. Ja, mit 3D kann sie nicht so viel anfangen, das ist zu viel schnickstark. Lieber das altbewertete, sagt sie. Okay. Und hier habe ich noch ein super Gerät, nämlich die PSP. Auch sehr oft gekauft noch und gezockt, weil die Vita ist leider nicht so stark wie die PSP im Vergleich, obwohl die technisch besser ist. Um einiges besser. Die PSP kann, ach, PSP sei schon, die PS Vita kann so viel. Und ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vorhin da irgendwie versprochen, aber wenn, scheiß drauf, ihr kennt mich ja. Jedenfalls würde ich auch gerne die Vita haben, aber bei den Spielen, die es momentan gibt, ich will jetzt nicht eine Vita kaufen, nur ein Spiel haben. Das ist natürlich Bullshit. Aber jedenfalls zocke ich da drauf gerne noch mit der PSP, wie GTA, White City Stories und Liberty City Stories, Metal Gear Solid Peace Walker, super Gerät, super geile Spiele noch drauf und die funktionieren noch wunderbar, selbst mit dieser Steuerung, obwohl da nur ein Stick ist. Ja, das ist meine kleine Kollektion. Die wird natürlich auch erweitert mit der Xbox One. Also dann wird die hier noch daneben noch eine haben. Oh, jetzt sieht man ein Kabel da von meinem Headset. Jedenfalls will ich aber wahrscheinlich auch probieren, eine PS4 zu holen, denn als Consolero, naja, ich, ich, na, es ist so. Das muss ich gucken, dass ich das kriege. Wii U würde ich auch gerne haben, aber da muss noch mehr Spiele her, damit es sich lohnt, nicht nur für Let's Plays, sondern auch für den Privatgebrauch. Da muss noch einiges passieren, aber 2014 kommt ja bald und wir werden sehen, was in diesem Jahr so viel passiert. Und natürlich auf diesem Kanal nochmals an der Stelle Dankeschön für 50 Abonnenten, mittlerweile natürlich 50 Abonnenten plus, wie ich das bereits erwähnt habe. An der Stelle nochmal Danke, Danke, Danke. Und sollte ich die 100 erreichen, gibt es natürlich dann auch ein Special, aber das hat ja noch Zeit. Abwarten und Tee trinken, das wird ja nicht von heute auf morgen passieren. Da habe ich noch eine Menge Zeit, mir was Neues zu überlegen. Also an der Stelle Dankeschön und auf Wiedersehen.